Hallo Leute, hier ist wieder eure Mahlwanne und willkommen zu einem neuen Video von mir. Das sagt doch immer Bibi, oder? Leute, ich sag euch, der Dezember wird crazy. Cray, 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 this shit is lit! Es ist nämlich so, dass ich auch zu dem Club gehöre, der versucht im Dezember jeden Tag ein Video hochzuladen. Und ja, ich glaube, es ist eigentlich unmöglich, wenn man die Videos selbst schneidet und jeden Tag dreht und schneidet und dreht und schneidet und dreht und schneidet und dreht und schneidet. Aber es hat mir in der Geburtstagswoche doch schon Spaß gemacht, so diesen Druck zu haben, so jetzt muss ein Video kommen, jeden Tag. Ansonsten verfalle ich immer in dieses, ist ja okay, wenn heute keins kommt. Was haltet ihr schon mal vor meinem Sladen-Outfit? Schön Löcher in den Knien, damit man auch friert. Hi. Aua. Katja Krasavitsche Musikvideo. Wenn allen so kalt ist und man sich warme Gedanken machen möchte. YouTube. Ein React 2 von Unsympathisch TV. Ein React 2 von Konkrafter. Ein React 2 von Ungespielt. Ein React 2 von Hey Aaron. Ein React 2 von Konkrafter. Wichtigen Sachen. Filmstarts im Dezember. Star Wars 8. Coco, lebendiger als das Leben. Eieieiei. Jumanji. Pitch Perfect 3 kommt im Dezember. Dark. Die erste deutsche Netflix-Serie, die international gezeigt wird. Konzerte. Album. Releases. Posty Meloni. Also es werden viele Album released. Noch mehr als Filme kommen. Ich weiß noch nicht ganz so, wo dieses Format hinführt. Welcher Promi hat denn am gleichen Tag wie der allergrößte Promi der Welt Geburtstag? Am 24. Ja, also wenn das nicht mal ein spannendes Video ist, oder? Ja, genau. Dieses Video ist scheiße. Ich muss mir echt noch überlegen, was ich überhaupt aus diesem Format machen möchte. Irgendwie hat es noch kein vorne und kein hinten und kein gar nichts. Ich werde mich fürs nächste Mal so richtig schön strukturiert ran machen. Und mal richtig planen, ja? Versprochen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Denkt dran, Leute. Im Dezember kommt jeden Tag eins. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch keins verpasst. Und abonniert doch meinen Instagram-Account und meinen Twitter-Account. Ich bin wirklich sehr lustig auf Twitter. Und hier gibt es noch andere Videos. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Und es tut mir leid für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich konnte euch ein bisschen von eurem Alltag herausziehen. Und ich muss jetzt was essen gehen, sonst sterbe ich. Bis dann.